Regen und Matsch machen Reitern oft einen Strich durch die Rechnung. Vor allem wenn kein wetterfester Reitplatz vorhanden ist oder gar eine Reithalle. In diesem Fall ist die Wahl der richtigen Outdoorbekleidung natürlich sehr wichtig, ob für Reiter oder für Pferd. Wir haben heute unsere Lieblings Outdoorbekleidung einfach mal getestet und für euch vorgestellt. Als erstes testet Senior Buddy die Regendecke. Bei der Regendecke ist natürlich wichtig, dass sie die optimale Größe hat und die optimale Sitzform, da sie oft auch draußen getragen wird, vor allem auf dem Stall. Es ist sehr praktisch für empfindliche Pferde. Sie hält das Pferd warm und gleichzeitig trocken. Hier ist natürlich sehr wichtig, dass man auf die Qualität achtet, da das Pferd sehr öfter tragen muss. Und manche Regendecken sind wassergepressig. Als nächstes testet Bunny eine ganz normale Regenjacke, No Name Jacke, die eigentlich sättigt sein sollte. Die gibt es in fast allen Kleidergeschäften, in allen Farben und oft sehr billig. Die Jacke muss nicht mal sehr warm sein und selbst ein Futter besitzen. Man kann darunter prima andere warme Kleidung anziehen, zum Beispiel in einem Pullover, da die Jacken oft sehr weit geschnitten sind. Extremtest und hält dicht. Nun testet Studio Oxana die Outdoor-Regendecke fürs Pferd. Diese ist im Test wirklich sehr einfach und sehr schnell zum Anbringen. Diese Decke gibt es dann natürlich für Westernreiter und Englischreiter extra. Also mit einem anderen Ausschnitt, gibt es in verschiedenen Größen, gibt es in verschiedenen Varianten auch mit Innenfutter, so wie geht oder ohne eben. Dann gibt es natürlich auch noch andere, die von vorne herum nur geschlossen sind oder unter dem Hals. Die Decke hat in unserem Test einen sehr guten Halt bewiesen. Sie ist nicht verrutscht, auch nicht beim Galoppieren und hat auch in keinster Weise gestört. Wir haben heute einige Hilfsmittel getestet. Es gibt natürlich noch viel mehr in verschiedenen Varianten und Ausführungen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, das Video. Natürlich hilft am allerbesten immer nur der gute alte Regenschiff. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.